ARD Text im Auftrag von Funk ich kann erstmal alles verkaufen jetzt habe ich auch wieder 20.000 dann warte lass mich kurz doppelt zu Ende spielen ja dann kannst du verkaufen nochmal oh danke war sogar mehr als äh ne genau so verworte ich auch dann muss ich gleich nochmal Monik kaufen dann hab ich nämlich alles erweitert wieso hängig fest kanns ruhig weitermachen guck mal hab ich fast getötet das Ding ey ja dann musst du wohl gleich nochmal Heelsachen kaufen ist ja kein Problem immer nur SMG komische Weifel da nicht mal ne geile Sniper ne wär ja auch zu schön so 3 mal kann ich noch ja 2 mal das ist ganz gut f*** dich boah das war aber knapp ey boah das war aber knapp ey 12.000 haben wir noch ich bin verpflichtet dir zu sagen dass ich kein richtiger Acht 12.000 haben wir noch gib auf die Acht Schwarzgeld ein bisschen viel boah das jetzt nochmal und ich kann nochmal da hin wer hat dir meine Adresse gegeben den bringe ich um ach was für ein Trottel erzähl keinem Bruder was boah der denn Zeichen hm ob du das überhaupt erreichen kannst das weiß ich noch nichtmals wie viel Geld hast du 14.000 warte lass mich das eben zu Ende machen ach du scheiße einmal Schwarzgeld noch komm schon einmal Schwarzgeld noch einmal Schwarzgeld noch einmal Doppel einmal Doppel so gleich machst du boom ein Kammerjäger wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid um zu verstehen was ich sage dann kommt nach Sanctuary es ist mir egal was Jack euch erzählt oder wie gut geschützt ihr euch fühlt die Iberian Armee kommt um euch zu löschen keine Ahnung wenn ihr überlegen wollt dann schnappt euch eine Waffe also wie viel hast du bekommen jetzt so durch viel und schließt euch den Crimson Raiders an boah dick gefällt mir äh dann nehm ich doch glatt das so zweimal kann ich noch und dann so ich muss hier nochmal Muni kaufen hab ja jetzt alles euer erweitert so wenn ich jetzt kein Geld krieg warte erstmal dann ja ich hab noch ein bisschen Geld aber ist mir jetzt egal ja vor allem wenn wir dann gleich eben da nochmal Waffen kaufen können weil das von der epische Fight ist oder so ja was soll's denn sein wir haben uns nie gesehen komm zurück so kurz verkaufen dann können wir loslegen hm ich sag dann Bescheid dann wollen wir mal bin ich mal gespannt du ja ich auch bin gespannt ob wir mal ein paar mal sterben werden oder nicht umbeingen will hab ich lang nicht mehr gespürt er wollte unbedingt aufm schützenplatz du warst um ihn davon abzuhalten den Krieger zu wecken selbst wenn du mich dazu töten musst lieber tut als eine alte Jungfrau von Anfang an bis zum Ende blick halt hier hm Sieg oder Niederlage wir beenden das gemeinsam Sieg vielleicht schaffen wir es nicht Slap aber ich möchte dass du weißt hehehe dass ich eine Menge Spaß hatte jetzt gilt's Untertan der Tag unserer Hache ist der Klapp einfach der Beste der Klöppler reißen wir diesen Planeten den Arsch auf psa voll geklöppelt ok als Maul und jetzt verschieße ich die ganze Munde ich bin so doof Untertan ich werde diese Tür öffnen damit ich diesen Bastard Handsome Jack selbst erledigen kann ja du Cleaner Klöppi hörst du mich Jack du hast meine Freunde getötet du hast meine Modellreihe vermittelt vielleicht ist auch die Party bei dem ich bin der letzte existierende Klattrap und er steht bei den Kadau bei meiner Eier ins Maul ok Naaaah Untertan zieh hier Feuer auf dich während ich mich zur Türsteuerung stehle ansichtbar erstes Gesetz einfach ach nö Aaaaah 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 Sanitäter dann sagt er doch dass er auf den hängen ist geh ich auf den anderen Rittischer Schmerz Rittischer Fehler Rittischer Fehler Aaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaaah Uuuuund öffne dich Zugriff verweigert Aaaaaah Was? Ich sagte Uuuund öffne dich und nicht Uuuund schließ ein paar andere Türen Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt Jeeeeeen Nicht noch mehr Einheiten in Blitzen Pass auf, die explodieren, ne? Ach du weilige Scheiße. Ja, ich auch. Ja, ist aber gut los, ey. Ja. Ich kümmere mich um den da hinten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Scheiße am Spiel! Da kommen noch mehr Bots! Vorsicht! Ruhe oder es mein Freund! Wie willst du das denn schaffen, die Viecher? Oh mein Gott! Aber ne gute Sniper, ne? Ich hab ne Idee! Ich hecke die Geschütze, damit sie für uns kämpfen! Zugriff verweigert! Komm schon, Baby! Nun sei doch nicht so! Ich weiß nicht! Zugriff gewährt! Heilige Scheiße! Besser tatsächlich funktioniert! Die Geschütze kämpft jetzt für uns! Ich habe tatsächlich mal was getan! Ich habe tatsächlich! ... ... ... ... ... ... ... Ich überbrücke die Türschlösser! Halt durch, unser Tarn! Komplett, Rapp, schaust du! Ach, klar schafft er das. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Oh, ne. Wie viele von den Kerlen sind denn da noch? Badass ist im Anbarsch! Ich verdoppele! Hm, wir müssen uns zur Sache gehen. Egal, meine Raketen-Kommunikation habe ich nicht. Was schaffst du? Bin ja schon längst wieder am Leben. Jetzt wieder nicht. Aber schon, ja. Jetzt nicht mehr. Ja, wieder los. Wieder schnappst die Falle zu. Dein Tod steht bevor. Schaff ich? Nein! Verstärkung erschöpft. Mach dir nichts draus, Baby! Bist nicht das erste Mädel, dem das passiert! Und... Öffne dich! Ja. Wir haben's geschafft, unser Tarn! Jack dachte, er könnte uns mit einer Tür aufhalten! Ha! Ich wurde erschaffen, um Türen zu öffnen! Ja, das hast du schon mal gesagt. Mit mir dahinter steht jetzt sofort einer. Denn einsam werden wir Pandora befreien! Ich geh erstmal zur Seite, aber... Ich werde hin zum Jack mit blausen Händen töten! Ich will... Stufen? Machen! Machen Sie! Du musst ohne mich weiter wachen! Mach deine Geheim! Und jetzt hat einer Anfänger von uns trillt, tragt! Ne, wär doch doof! Oh mein Gott! Er war Peth. Wir werden das schon bald wieder erholen werden. Waffe verkauft. Ja ok. Dann mal los. Mhm. Neue Waffen wären super. Ich verschwinde. Ich muss neue Granaten holen. Ja lass mich ruhig verrichten. Jo. Wie viel komm denn da? Ach du heilige Scheiße. Auf mich schaff ich das. Ja. Ich soll herkommen. Ne 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 ne. Oh so verhält der ja funktionieren könnte. Wann? Ja so doof zu springen aber hat nicht funktioniert so wie ich es dort wollte. Halt ich dir Feuer glaub ich dran. Ja man kann es ja mal versuchen ne. Ich bin grad wieder am rätseln wie der Strom ausgeht. Hilfe helfe 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 das sind helfe. Höchst abbaulich. Widerschland die Falle zu. Dein Tod steht bevor. Du 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 cloudyl б Σ. Du f稱 clevern lege meine– Hallo ein naturistisch. Ich nerv paddle schkolow ist wenig ger ännet es leider zu schaffen. Du 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 weinselst grandson sawest du dir du duдел lại. Du 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 пойду ich küsse lege meinem stress. oh der du du weck bist du 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 gessel ich mich sein. ux holl du 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 und du 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 puedeseling meinem 해야 distincte gehe Tackle Dann hatten sie noch mal gut. Ich bin hier, Migo. Schluck! Rate, ich schaff das aus dem Weg! Oh, Bruder. Feuer frei! Oh, na. Schon mal der erste, der uns hilft. Oh Gott, schreit da wieder. Ah, keine Ahnung, wie man das Ding aufmacht, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich auch nicht. Das ist der zweite. Das freut mich doch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Der Tod, das bin ich. Hätte ich mal eine vernünftige Sniper. Das wird er mir ein bisschen. Geh, liebe Scheiße. Das war für Bloodwing! Und bleib liegen! Und bleib liegen! Hier soll irgendwo noch einer sein. Da unten. Kollege! Ich denke mal, Bick oder so. Einer wird sterben. Oh, ja, 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 ich will sterben. In der Aufweite, automatische Schütze werden scharf gemacht. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Du kannst uns nicht aufhalten! Dolphin-Dive! Hellige Scheiße. Sieht halt immer aus mit den Geschützen. Du musst mir wohl helfen. Ein digitaler Abwehr, während ich in Stellung gehe! Weniger sterben, mehr schießen! Sorry, 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 sorry. Der war auch doof. Ich bin unterwegs! Alter, das ist gut. Ja, das ist Dufte. Ach, du heilige Scheiße. In dieser Welt hier, habe ich Schwächen entdeckt. Dort greife ich... Verletzung kritisch! Tötet man die wirkliche! Jetloader werden abgesetzt! Verdammt! Wir werden angegriffen! Halt durch! Scheiße. Ich bin tot! Ich habe auch nicht gesehen, dass du totgestorben bist. Alter, das ist doof. Du hast aber gesagt. Ja, ich habe gehört, du siehst es. Scheiße, jetzt rennt der nicht weg, ey! Die Imperium Corporation freut sich, wenn sie von ihrer Reise ins unbekannte Land zurück sind. Alles klar. Jetzt freut ich! Ey, die machen einfach den Dämmel. Hör, die scheiß Geschütze! Ja, wie sollen wir durchhalten, ey? Mache Raketen bereit! Welttarnung! Alle Reise! Alle maturierende Landschaft zu Benz hergestellt! Reparation! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich glaube, ey, jetzt kann ich ganz unten drauf skillen. Jetzt kann ich irgendwas machen. Hier drüben, Slip! Ich bin hier oben! Ich bin unsichtbar! Phantom! Inmitten der Schlacht! Boom, Baby! Der Weg ist frei! Ich kann nicht so komische Dinger werfen, wenn ich in der Täuschung so bin. Verdammt! Ja! Vorwärts! Verdammt! Sie überrennen mich, Brick! Lass mich zurück! Und geh weiter! Perk! Achso! Ich mach ja... Kollege! Das ist zu! Nein, Brick! Nein! Ach, die weile gescheißen! Eieieieiei! Sie erfasst! Beginne mit lunarem Bombardement! Kacke! Sie haben uns im Visier! Geh endlich, Strap! Geh! Ah, was? Soll ich ein bisschen rüberkommen? Ja, was macht denn das Ding für ein Damage? Was? Du weile gescheißen! Jetzt schuldest du dir was! Danke! Tarnung! Ah, geht doch! Ist das jetzt Brick gestorben oder was? Ja! Ich glaub, Mordecai auch! Der hat gesagt, irgendwie die haben uns im Visier oder so! Scheiße! Ich hab mich scheiße! Ich hab mich leider auf das andere viel konzentriert! Hoffentlich geh ich auch noch Level ab! Glaub ich aber! Meine Fresse! Ja, den kann ich leider nicht! Wollen wir sehen! Versuch du den auch zu bekommen! Ja, dann helf mir! Ja! Du bist ein Badass! Wenn hier drüben... ...er feuert mit zwei Waffen! In dieser Welt hier... ...habe ich... ...dort greife ich an! ...habe ich auch zu bekommen... ...und das war mir wirklich gut! Ja, hammergeil. Na, das war wohl meine Granate. Wenn du mir jetzt noch nicht hilfst, dann ist das halt perfekt. Einfach rein, Rennier. Gutsch. Ey. Ja, in uns steht ein ganz, ganz komisch ist. Ich möchte mich mit dem Datscheißvieh hier. Alter, was ist das denn für ein Ding? Ich kann dir leider nicht helfen, weil ich dann eh drauf gehen würde, von daher. Okay, ein Werfer macht gar nichts. Ich bin tot. Ich auch. Ja, wir haben auch die ganze Zeit nur scheiße Waffen gekriegt. Ich habe eine Sniper, die macht 2000 Damage. Willst du mich eigentlich verarschen? Fuck ey. Ach, mein Damage ist auch irgendwie schon mega abnormal. Ja. Ich kann das Ding jetzt mal sterben. Okay, ich kann an dem Ding eh nicht vorbei. Sorry. Ich gebe alles, was ich kann. Lass mich noch ein bisschen am Boden. Wenn ich am Boden bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht nachfahren muss. Weil ich kann die ganze Zeit draufballern. Das ist doch ein Sniper, Junge. Ja. Hammergeil. Ja, die macht so euer Damage an mir dabei. Und da kann ich nicht schneller schießen. Komm, auf, auf. Alter, und dann noch mal so ein Bett. Es füfft von mir. Loll, ein paar Jets fliegen sehr lang. Na, komm. Das war mir schon. Alter Vater, ey. Da ist das Ding da hinten irgendwie. Sagst du was? Das kann man ja noch nicht mal zumal weg. Okay. Ich lebe! Schaffst du was, irgendwie? Nee. Weil die im Schild sind. Zwei Waffen, ihr Schweine! Wo bist du denn? Hier. Aber war knapp, da sagst du was. Scheiße. Boah, ey, das Ding macht sein Sohn nicht von Damage. Schon da noch so ein großes Vieh von denen, ey. Das ist echt schwer, ey. Weil wir haben gerade kein Geld mehr. Wir haben keine Munition mehr. Ja, ich... Ja, was ist das? Wann ist denn das? Dann müssen wir bestimmt gar nichts mehr bezahlen. Ja, immer ein Dollar, ein Dollar, ein Dollar, ein Dollar. Keine Sorge wegen des Yenseits, lieber Hyperion-Kunden. Ein bisschen Geld habe ich noch. Äh, ein bisschen Munition. Ich verschwinde. Nein! Oh, das war, glaube ich, gar nicht schlau. Ich weiß, wie lange ich da drauf schießen muss. Ich werde meine Sniper nicht mehr dran verschließen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich könnte den Begriff Teamwork erfunden haben. Sehr verbunden. Ich mach mich unsichtbar. Ey, ich bin so unnormal dumm, ne? Scheiße. Ruhig bleiben. Das ist echt mit keinem zu vergleichen. Warum hat das so... Fick dir, ich bin schon dahinter, ey. Was soll ich noch mehr machen? Ja, komm, ne, komm, ich lasse halt mich, ich verschieße zum Raketen mehr von Munition jetzt nicht. Sterbe ich lieber und schieße dann mit einer weiß-wilich-wat-drauf. Ja, weiß, wie lange wir da noch drauf schießen müssen. Ich gehe da jetzt hin und dann springe ich von mir aus halt davor und wenn ich am Boden bin, muss ich ja eh nicht nachladen, dann kann ich einfach ganz weit drauf planen. Die Munition habe ich ja noch genug. Das schaue ich auch nicht. Hier waren gerade neue Granaten. Mats. Hab ich aber eingesammelt. Wo ist das viel? Ach, da kommen andere Mobs, die kommen auch noch. Okay. Ich schaff das. Ich wehre ich den Ding dann einfach aus, Alter. Ist mir jetzt scheißegal. Scheiße. Ich stehe genau davor. Warte, 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 lass mir nicht das. Ich mach schon nichts mehr. Komm schon. Ey. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Bäm, Junge. Hau doch nicht immer ab, wenn ich auf euch schieße, ey. Dann muss man helfen. Ich bin auf dem Weg. Komm schon, komm, 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 komm. Du hast ja vorher gestanden, als habe ich dich nicht getroffen. Irgendwie, oder so. Ey, verdammt mir den Fan, ey. Tarnung. Das ist ja eh fast schon geschafft. Wiedersehen. Keine... Ich bin tot. Gut. Der gibt es nicht. Egal, den schaff ich. Ja. Ich hab ja gedacht, der Headshot macht nichts in Verlinder. Leck mich. Ich will nicht, Jack, ich will gar nicht wissen, wie das dann abgeht, ey. Ist so, ne? Headshot. Headshot. Was ist das? Ach, läpp mich. Du hast noch eine Waffenkiste. Komm, man muss jetzt einfach so voll die Burner-Ding an der anderen Seite einmal. Das ist nicht verarschend. Pistolen, warte. Hab ich. Warte. Ja, ich brauch die. Moment. Aber die Blaue macht sogar noch mehr Damage, ey. Ja, ne? Ja, nicht die? Ja, nicht die. Ja. Ich bin kurz vor 31. Aber minimal. Ja, das ist das Ende. Ja. Weiß ich nicht, aber ich würde schon erworben. Ja, sieht so aus, ne? Ja, das sieht schon, was ich gerade sagen kann. Das ist einfach nur noch Zerstörung. Ja. Du bist eine solche Bandit. Du und deinesgleichen haben Pandora mit ihrer Gier und ihrem Hass verdorben. Jetzt liegt es an mir, diese Welt vor deinesgleichen zu retten. Aber ich bin mehr als froh, das zu tun. Okay. Oh mein Gott, das sieht hier aber aus, ey. Oh, ich glaube da gleich kann man nochmal schön Mutizide kaufen. Ja, das sieht so aus, ne? Ja. Ich frage mich, warum eigentlich das immer alles, was mit Lava zu tun hat. Egal wo, immer Lava, Feuer, Lava, Feuer. Äh, äh, äh. Achso. Das ist ja wahr, ey. Na, dann rüsten wir uns nochmal für den letzten Kampf aus. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Klar, ich bin immer geimpft. Bis bald. Jetzt habe ich nicht genug Geld. Pass auf dich auf. Ja, auch nicht, wahr? Egal, Waffen verkaufen. Ja, da hat man schon wieder Geld. Ja, ich habe alles voll. So. Was war das denn hier eigentlich? Achso. Hier hast du auch noch was, da mach ich nur auf. Das können wir später holen. Ach, naja, einfach auflassen. So, was geht denn hier? Wir müssen nochmal reisen. Hier wird alles enden. Sobald Lilith den Schlüssel aufgeladen hat, kontrolliere ich den Krieger und rotte euch Banditen auf diesem Planeten aus. Okay, jetzt kommen wir auch nicht mehr auf. Wenn du zuerst, kannst du deinen Kammerjägerfreunden einen Gruß von mir ausrichten. Was ist das denn jetzt? Ach, Mann. Ich brauche keine Munition. Hier kommen wir immer Mundi herholen. Ja, alle f... 100 Sekunden. 100 Sekunden. Puh. Du kommst genau rechtzeitig. Der Schlüssel ist fast bereit. Aber bevor ich diesen Planeten für immer säubere, räche ich meine Tochter. Ach, du heilige Schoße. Schieß auf den, dann verschwinden die. Weg bin ich. Jetzt schlägt dich von der Herzen auch hier. Ach, du. Hä? Hä? Oh, der macht Schaden, der Typ, wa? Hier kannst du auch Munition herkriegen. Ich treffe den nicht. Ich treffe den nicht. Es ist ein fiscalär, es ist ein fiscalär. Ähm, ohne mich. das 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 ja wenn man zum Haus einfach irgendwo ist da sind immer so diese komischen Dinger doch in dieser Welt hier Da habe ich Schwächen entdeckt, doch greife ich an. Schlafste? Ja, eigentlich bist du. Ja, verschwindet immer. Schau mal nicht. Neue ich nicht. Nein! Ja, wo ich Spawn bin? Ja, sein Schild hat er fast verloren. Ich komme nicht rein. Nein. Doch. Ah, habe ich gedacht. Na, wäre heute ein bisschen doof. Ja, da war so ein Schild, ich habe gedacht, ich kann mal entschreuen, aber... Was macht der? Wie hast du das gemacht? Kollege, muss man auf Mauer halten. Oh oh. Viel Spaß dran. Boah, was, 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 was? Du kannst nicht alles essen! Verdammt! Spannate! Unterwegs! Mein Bruder ist immer eine schöne Granaten kriegs. Was, was ihr seht, ist nur täuschend. Der Tod, das bin ich! Hier bin ich doch! Worauf wartest du? Ah, fick dich, ey. Schaffste? Ich bin noch nicht tot. Ja, aber... Ja, den Typen kannst du nicht angrafen, wir haben keine Schilder oder so. Ach, du heilige Scheiße, das wird ne... das wird ein Kampf. Ja, Karate! Zeig mal was! Scheiße! Ich bin dann mal weg! Beim Handy, beim Handy! Bam, Junge! Ja, weil er jetzt Heddy's gefressen hat von mir war. Ich könnte auch alles draufballern, Alter. Nein! Der Schlüssel ist aufgeladen! Ich werde noch nicht sterben! Okay. Oh. Lapos! Du kommst zu spät, Bandit! Der Sieg ist mein! Die größte Alienmacht, die Pandora je gesehen hat! Und ich werde sie kontrollieren! Ach, du heilige Scheiße! Ja, ich hab mich schon wundert, der Typ ist aber ein bisschen klein für den Endboss, oder? Ach, du heilige Scheiße! Da fahren doch nicht mal den Endboss, der Typ! Ne! Oh, da macht viel Spaß, ey! Was haben wir denn hier? Oh, oh! Der hat einen Schwachpunkt! Die Boss haben immer einen Schwachpunkt! Das stimmt! Ich bin fast tot! Normalerweise sehe ich den, aber da bin ich nicht drauf, was geht! Lol! Lol! Lolololol! Lolololol! Wo ist der Typ denn? Da! Den kannst du eigentlich nicht übersehen! Mir ist ja in Ordnung! Ich weiß nicht, wo der Schwachpunkt ist, keine Ahnung! Ich hab noch keinen Crit erzielt! Schwanz? Auch nicht! Ganz oben am Schwanz! Weiß ich nicht! Glaub ich weniger, wenn ich ehrlich sein soll! Wohl! Sieht voll so aus! Na, da war ich kein Crit! Wenn ich da mal drauf geskillt, ey! Da siehst du eigentlich den Schwachpunkt! Wie gehst du denn davor? Fress auch nicht, ey! Vielleicht hat der Typ auch kein Schwachpunkt! Normalerweise! Dann muss ich jetzt mal einen Raketenwerfer rausholen! Ja, haben wir auch schon die ganze Zeit! Du kannst ja eigentlich nie verfehlen! Ich kümmer mich um die Viecher, die hier kommen! Ja, oder so! So! Dann ist er auch noch ein Kind! Und da ist der Panzer! Und da ist der Panzer! Und da war ich ganz halt Crit! Ja! Und zwar mit meiner Waffe ein bisschen schwer zu treffen! Aber treff ich! Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Der Tod, das bin ich. Jetzt, jetzt gehe ich Level ab. Das geht doch schnell auf dein letztes Ding. Ich fahr. Der muss einfach da, wo der so hell ist, einfach nur treffen. Oh mein Gott. Verweilige Scheißen. Das waren... Alter, was ist denn dein letzter Tag? Was macht die? Die macht... Die Waffen feuern schneller und die laden schneller nach. Ich glaube, der macht immer mehr Lava hier, wa? So langsam wird er nicht knapp mit dem Lava. Okay, geht wieder runter. Oh, scheiße. Scheiße, feuchte ich jetzt. Normalerweise muss ich mit dem Rackier mehr fahren. Scheiße. Neue Spieler-Skin verdient, dann kommt gerade echt geil an. Haha, ich auch. Ich brauch's neil paar Munitionen, ne? Hol dir welche. Wo ist dat Vieh? Da hinten. Macht immer mehr Lava, dat scheiße, ey. Ob der auch Granaten fressen kann? Wenn du dann den Schutzpanzer kannst ja so abschießen dann, ne? Ja. Und dann, wenn du da drunter in Globus schießt, dann machst du, glaube ich, noch mehr Damage. Munition aufgebraucht. Das ist gar nicht cool. Was ist nicht cool? Munition aufgebraucht, aber... Ach, du hellige Scheiße. Ich glaub, du musst immer hinter den Fehlern hier. Die hatten doch ne Bedeutung. Wie viele Nebenviecher kommen denn da? Viel Leben hat der nicht mehr? Nö. Oh, Scheiße. Ich kümmere mich um dat nebenvieh. Ah, der Pistole macht nicht den Dammit. Ja, aber ich hab nichts anderes gemacht. Mit Dings komm ich leider, glaube ich, nicht so weit. Wenn ich meinen F drück. Noch einen neuen Spieler-Skin. Scheiße, jetzt hab ich F gedrückt, aus Versehen. Na, doch, schaff ich so die Distanz. Alle werden sterben! Alle! Jetzt kannst du da unten reinschießen. Ja, was? Ich hab dich damit schon. Guck grad, wie der daumen geht. Na, seh ich. Leut. Warte mal. Nimm das dämliches Rackvieh! Und jetzt kack noch mal auf meinen Outrunner! Die Lava steigt an! Geh höher rauf! Wie, hör auf! Mache ich aber, warum? Aber die Lava hat jetzt gesteigt. Ach, da mal mit den Kammerjäger! Scheiße, fuck! Woah, 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 woah! Woher zu tun? Die Lava steigt! Woah, da fall ich wohl voll in Lava! Das ist auch nicht gut, ey. Das schaff ich nicht, schaff ich nicht, ich bin tot. Ja, wie höchst abbaulich! Komm schon, komm schon, scheiße! Fuck you! Ich bin hier hinten, ich bin hier hinten, ich bin hier hinten! Ah, ist da nicht mehr für Leben! Ich mach direkt meine F! Wenn ich das kann, jawohl! Kollege, jetzt zieh dich mal, Mann! Oh, Junge, 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 Junge! Na, weg! Guck mal, wenn ich meinen F anmache, will ich Rack, ey! Guck mal, wenn ich meinen F anmache, will ich Rack, ey! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Geh down, geh down, geh down! Bam, Junge! Nein! Alter, wird hier rumfliegt! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Mein Gott, sprichst du noch ein bisschen mehr Schwarzgeld! Hoffenbau jetzt nicht mehr! Heiliger Badass! Ich glaube, du hast ihn gekillt! Aber dir lieber auf Nummer sicher! Drück den Button an der Moonshot-Konsole! Das ist schon ein Beat! Ich setze mich alles aufheben, wegen Kohle! Ach du Scheiße, das ist schon mal ein Beat, ey! Aber über die ist ja noch alles rum! Neue Spielzeug! Oh, boah, Sattel! So darf ich nicht sterben! Nicht so knapp vor dem Ziel! Und nicht durch die Hand eines dreckigen Banditen! Ich hätte den Planeten retten können! Ich... ...hätte Recht und Ordnung wiederherstellen können! Ich... ...sollten... Und so, ey! Halt auf die Fresse! Es ist vorbei! Endlich! Das ist ja eine coole Story, Bruder! Gut gemacht, Kammerjäger! Du bist ein Badass! Jetzt... ...müssen wir nur noch den Schlüssel loswerden! Ah! Ja! Ich habe einen mega geilen Kopf, glaube ich! Den kriegt's! Okay, den Schlüssel, ich mach's! Warte! Warte! Was hab ich jetzt gemacht? Okay! Warte! Warte! Ich meine... Ist ja jetzt auch egal! Okay, ich mach's! Naja, ich spüre... Warte! Überlass das mir! Du willst das Ding jetzt nicht berühren! Glaub mir! Langsam, Mann! Die sind gar nicht tot! Ich wär fast draufgegangen vorher! Jo! Hey! Lilith! Wo zum Henker wart ihr vor fünf Minuten? Ohne den Kammerjäger wären wir jetzt alle tot! Ich glaube, das ist ihre Art uns zu sagen, dass wir gewonnen haben! Dachte ich mir schon! Ich hoffe bloß, ich muss diesen Schlüssel nie mehr wiedersehen! Hat Spaß gemacht, du Alien-Arsch! Hä? Was zum... Sind das Kammern? Du weißt, was das heißt! Ja! Ha! Wir kommen nie zur Ruhe! Was? Hört sich ja wohl so aus, als ob das ein dritter Teil gibt, war! Ha! Auf den freue ich mich aber! Volles Ruhe! Lässt er laufen? Ne! Er ist ja wohl... nicht interessant! Ja, dann gehen wir nochmal nach Sanctuary, ne! Warte mal, jetzt sagst du einfach mal hier lang, oder wat? Ja! Ich geh jetzt einfach mal hier lang! Ich geh jetzt einfach mal hier lang! Warte mal hier lang! Hör mal hier lang! Ja! Das ist ja eh nicht! Ne, wir fangen einfach mal hier lang! Ja! 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 Ich hab mich so gefreut, weil wir nicht da durch haben, weißt du und dann... Du hast doch auch in die Lava gefallen! Du! Ja! Ja! Nur zum Reisen! Ich äh... Ich warte! Auf dich! Kannst du auch für ein Menü zu sein? Ja, du bist doch ein Menü Junge! Ist hier jemand noch beschäftigt? Mhm! Klar! Ja! Haben wir das Spiel durch, ne! Fazit! Richtig geiles... Geiles... Richtig fettes Game! Also wenn er... Keine Ahnung! Das ist 10 von 10 Punkten! Von mir aus 100 von 100 Punkten! Von mir aus auch 1000 von 1000 Punkten! Also! Ei! Wir haben hier immer noch Questen! Hehehehe! Wir werden mal kurz rein bauen! den Planeten weg! Heilige Machieri! Ich auch! 49 Daugend! Schwierigkeit unmöglich! Fick die Henne, Alter! Ist für Level 50! Und? Was jetzt? Ja... Irgendwer muss sich um all diese neuen Kammern kümmern! Nein! Du kannst nicht nur auf die Kreatur, die die Kreatur von beträchtlicher Kraft erwacht ist, du wirst sie natürlich vernichten! Ich hoffe, du hast das nötige Aeridium, um in ihren Unterschlupf zu gelangen! Hyperion muss ausgelöscht und unsere Gefallenen müssen begraben werden! Jack ist vielleicht tot, aber der Kampf ist noch nicht vorbei! Ja, dann machen wir das... Ja, so dann machen wir das auch noch weiter, oder nicht? Willst du das jetzt mal machen, oder? Ja, ne, jetzt Aufnahmepause, aber trotzdem weiter machen, ne? Oder? Weiß ich nicht! Ihr könnt hier einfach mal drunter schreiben, ob ihr das jetzt weiter sehen wollt, dann machen wir es! Wenn nicht, dann nicht! Das sind, sag ich mal, das ist jetzt nicht mehr spielentscheidend oder so, das ist einfach nur... Wir haben den Endpost gekillt, das heißt, hier zum Beispiel die Quest... Wo ist sie? Wo ist sie? Ich glaub die... Ne, ich hab ja grad ne Quest gekriegt, sie war für Level 50! Mhm! Ja, hier! Ja, unmöglich! Da müssen wir bis 50 Level, da dauert der dann auch wieder! Und wenn das Projekt dann Ende ist, kommen ja noch zwei neue, also könnt ihr euch dann überlegen, ob der dann noch weiter haben wollt, ich würde das auch nicht machen! Ja! Ja! Und das sind Hitman, sehr wahrscheinlich! Ja! Und dann könnt ihr lieber schreiben, ihr wollt Hitman, oder ihr das auch nicht sehen, anstatt das, oder ihr macht das weiter! Ja! Aber ich denk mal, auf jeden Fall werden wir also, wenn... Denk ich mal, also ich denk mal, wir werden das so machen, dass, äh... Wenn ihr nicht, also wenn die Resonanz nicht so groß ist, dass wir das erstmal beiseite legen, Borderlands, und irgendwann nochmal, keine Ahnung, im halben Jahr, dreiviertel Jahr, das wird halt einfach nochmal neu anfangen! Ja! Also nicht wieder von Level 1, also das war einfach, ich sag mal, jetzt wo wir jetzt gerade im Moment sind, das wird halt irgendwann auf jeden Fall weitermachen werden! Könnt ihr halt runterschreiben, ob ihr das jetzt direkt haben wollt, dafür Dishonanz oder so, wird nach hinten verschoben, oder, ob jetzt erst Dishonanz kommt, oder Hitman, oder weißt du was ich, und dafür kommt dann Borderlands erst im halben Jahr! Das könnt ihr einfach runterschreiben! So! Und zum Spielen, einfach kaufen! Kaufen! Auf jeden Fall, Kaufempfehlung hat richtig, richtig geil Spaß gemacht! Auf jeden Fall! Komm mal, als guten Schluss! Gott, wär ich nur Kammerjäger! Wenn ich Leute in die Fresse schieße, komm ich höchstens in den Knast! Für kurze Zeit! Warte auch kurz! Ein Duell zum guten letzten Schluss! Ein Duell zum guten letzten Schluss! Oh mein Gott! Gewonnen! Ich wollte auch mal Raketenwerfer raus tun, aber hat nicht mehr gereicht! Eigentlich sind Duelle von total dumm! Bist du dir sicher? Gewonnen! Ja, das unsichtbar ist unfair! Ja, guck mal wie doof das ist! Du bist auch gut! Einfach wie dumm das ist! Einfach mit Raketenwerfer! Ja, ist auch egal! Ja, okay! Haut da rein! Ihr könnt runterschreiben! Ja! Ja, haut da rein! Ciao! Tschö! Tschö!